Hallo Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo und zwar habe ich bald die 10 Abos und dazu würde ich gerne ein Abo Special machen. Es besteht aus zwei Teilen. Einmal ein Fragen und beantworten Video. Hier seht ihr auch die liebe Adventure Silver Paula ist gerade dabei. Also wie gesagt kommt erst ein Fragen beantworten Video. Deswegen könnt ihr auch schon mal ja sie auf YouTube. Deswegen könnt ihr auch schon mal eure Fragen unter ja unter das Video schreiben. Ich werde dazu aber noch mal ein Video machen. Ähm falls jetzt manche es noch nicht so richtig kapiert haben. Ähm und der zweite Teil ist ein Abo Treffen in S.O.D. Und zwar wird das ähm also es gibt drei Möglichkeiten. Einmal Wildnis ähm einmal die Dragon Age oder ähm Berg Das könnt ihr euch dann auch aussuchen. Das schreibe ich dann in die Kommentare. Ähm ja Ich wollte nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ihr könnt wie gesagt ihr könnt eure Fragen da drunter schreiben und ihr könnt auch sagen welchen Land ihr das gerne machen würdet. Ich schreibe dann noch mal die in die Beschreibung. Ähm Ähm Wo ähm Ja wann genau dieses ähm Fragen beantworten Video sein wird. Das werde ich nämlich auch ähm in S.O.D. beantworten. Da könnt ihr mich dann besuchen. Dann werde ich noch mal so ein Ankündigungs Video machen wann und wo das ist. Und danach kommt noch ein Ankündigungs Video wo das Abo Treffen ist. Und wann. Also ich hoffe dass euch dieses kurze Epo Video gefallen hat. Ähm Und ich hoffe ihr könnt Ähm Und ich hoffe es kommen sehr viele zum ähm zum Abo Treffen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ich hoffe dass ich irgendwann auch die 10 Abos knacke. Weil im Moment habe ich nur 8. Ähm Und ja Würde ich sagen Tschüss bis zum nächsten Video.